Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei der Kampagne von Age of Mythology. In der letzten Aufnahme sind wir an der Küche Trojas vor Anker gegangen und haben uns irgendwie... Ich weiß nicht, wie wir das überlebt haben, weil wir haben es geschafft. In dieser Aufnahme steht ein schöner Plan an. Griechen und ihre Verbündeten aus Atlantis treffen ihre Vorbereitung für den Sturm auf Trojas Haupttor. Wollen wir mal sehen, was dabei rumkommt und ob wir in der Lage sein werden, das zu überleben. Natürlich immer auf Schwierigkeit Titan. Wie sonst will ich mich richtig schön lächerlich machen. Ich weiß nicht, wie wir von ihm. Euer Ruf eilt euch voraus. So wie der Eurige. Seid ihr bereit für den Angriff? Euer Rat wäre uns bei der Planung sehr hilfreich. Als Befehlshaber habe ich mich um die Pläne bereits gekümmert, Odysseus. Ihr und Arcanthos beginnt mit euren Armeen die Belagerung der Tore. Das ist ein guter Anfang. Was geschieht mit den restlichen Armeen? Ajax und ich halten unsere Männer in Reserve. Sobald ihr durchgebrochen seid, stürmen Ajax-Männer herein, um die trojanische Verteidigung zu brechen. Danach komme ich und rette Helena. Natürlich. Oh, unsere Obrieten sind nicht hochgeblieben. Herr, es gibt in der Nähe hier kein Gold. Wir müssen eine von Trojasmin finden und erobern. Oh nein. So, dann müssen wir aber eine Miene finden. Die Karte ist offensichtlich auch nicht so riesig, aber... Miene! Wie ist das, was wir brauchen? Lege! Carlos! Lege, Wulon! Ist die mittlere Miene da. Rauf da! Das ist ganz schön für den Bogenschutz. Das ist ganz schön für den Bogenschutz. Das ist ganz schön für den Bogenschutz. Komm schon weiter. Ihr macht das. Mit dem Nauungsmittel beschaffen. Oh, und auf den Truppen. Wir brauchen noch die Truppen. Das kommt noch zu. Aber wir haben hier den. Die Helé-Police kann das machen. Das ist Trojas West-Tor. So, so. Das heißt, wir befinden uns hier offenbar im Westen. Wir tun einfach so, als wäre das Norden, ansonsten ist das Ganze nur anstrengend. So, was für Hinweise kriegen wir? Bauen Sie eine Festung, eine Festung bei uns machen, um Sie Ihre Arme hinzuzufügen. Ja, kommt alles noch. Prostagmann. Oh nein. Prostagmann. Prostagmann. Poro. Poro. Prostagmann. Einfach rein, mal bloß deine Fähigkeit. Gib den Angriffspart. Prostagmann. Du kannst hier reparieren gehen. Prostagmann. Porzo. Porzo. Prostagmann. Isto. Leie. Isto. Leie. Porzo. Ihr habt keinen Chill, Leute. Oh, hier haben wir mal einen Goldschmied. Auf da. Ah. erleicht. Nein. Ja. 跑. Leie. و gold ein paar felder anlegen nahrungsmittel sichern mehr bis wir nicht zum goldhacken schicken dann würde ich dir einfach eine waffenkammer also setzen wir die mal nach wo ist der speer? ich kenne noch nein aber tru hat einen pick ausgeschickt holen wir uns auch einen oder so oh gott da kommt sie wieder woher sie hin ertr 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 bewegung bewegung bani lege lege vule bt entwo aus lege lege vule Alleiner. Hör doch mal in den Stall anzugreifen. Nein. Unsere Druck sterben gerade ein bisschen. Lege. Lege. Prostegma. Wir hatten einen guten... Ein... Wo sind unsere Grenzen? Und das heißt, was machst du denn? Komm hier rüber. Lege. Vulo me. Prostegma. Ihr seid unhilfreich. Wo sind unsere Schiffe? Ach, schnell weg. Das ist enttäuschend. Prostegma. Kannst du den Dinger weg machen? Prostegma. Prostegma. So, das können wir kurz mal unterbinden. Lege. Weil wir Nahrungsmittel brauchen. Ne. Lege. Esto. Ne, mal lista. Lege. Hast du die Reichweite? Hier. Hier hast du. Die aber nicht. Prostegma. 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 Sysikos. Ich freue mich verbündeter zu sein. Lege. Vulo me. Ne. Prostegma. Etimos. Lege. 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 So. Lege. Und Tätigkeit. Wir wollen dann erstmal einen Kornspeicher haben, der nach... hierhin kommt. Mal lista. Prostegma. Ne. Prostegma. Ne. Ne. Oh. Heilige Scheisse. Prostegma. Ne. i. Oh, heilige Scheiße. Wo ist unsere Armee eigentlich schon wieder? Wo ist unsere Armee? Wo sind unsere Helden? Warum seid ihr hier? Ich will mich so verarscht. Na toll. Läge! Wo kommt die jetzt her? Ich fühle mich so verarscht. Läge! 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 Proste ich hier! Wir kommen von hier oben irgendwo wahrscheinlich. Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Ärger! Ärger! Läge! Ich muss manchmal nicht mehr inflammationen sein, aber egal. Auf der anderen Seite. Lege! ähm, würde bitte reparieren okay das läuft alles nicht so wie es sollte wenn wir die Zelte verlieren, ist es blöd weil die Zelte geben uns noch ein bisschen Bevölkerungsplatz und den möchte ich nicht verlieren ich will dann starten mal neu ja, das ist so kategorischer hinten losgegangen dass wir vielleicht ein bisschen was anders machen müssen ja, geht zur Hölle ähm, warum ist die Karte aufgeregt? es gibt in der Nähe hier kein Gold wir müssen eine von Trojas Minen finden und erobern ne, wirklich, warum ist die Karte jetzt aufgedeckt? alles sehr fasziniert, aber warum? bleibt sie jetzt aufgedeckt, weil wir neu gestartet haben? ah nein, aber wir haben jetzt ein bisschen Prostegma es gibt in der Nähe hier kein Gold wir müssen eine von Trojas Minen finden und erobern okay sofort Nahrungsmittel sammeln Holz sammeln Prostegma Etimos Garnatskampf verhalten defensiv bitte hier ist das Gold, das wir brauchen wir müssen irgendwas machen, um gegen diese Flotte, die hier ankommen wird, was zu tun das heißt, wir werden Türme benötigen ein paar und wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Truppen zu schwach werden das heißt, wir müssen die Flotte sagen es ist 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 Wir müssen es ihnen gesichern. Ich glaube, Mauern könnte eine gute Idee sein. Ich finde es... Ich bin vor. Ich finde es... Ich bin vor. Ich bin vor. H vị? Ich bin vor. Ich bin vor, nach dem Geräusch. Die Bogenschützen sind gefährlich, ja, im Kampf. Das ist ganz schön schwach. Wir können nicht zu, dass das Goldminier sehr bedrängt werden. Oh. Oh, oh. Lege. Ne. Mal ist es. Ne. Wulome. Wulome. An die Arbeit. Etimi. Was sag mal? Isvoli. Wulome. Ne. Wir brauchen das Gold. Lege. Wulome. Wulome. Ne. Wulome. 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 und holz wir versuchen einfach eine mauer hier lang zu ziehen wir dürfen dass das ein bisschen zeit verschafft wir forschen direkt hoch da kommen sie sagen wir brauchen wir brauchen wir brauchen Ja, das ist ja. Genau. Erlebt uns da. Ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Mein Tempel. Da drauf. Nein, meine Schiffe. Was? 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 Ich hasse euch. Äh, ja, verbinden wir das mal ganz kurz. Ich habe die Schlüssel. Wir sind hier. Ich habe mich hier. Ich bin bereit. 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 Es ist einlegt. Du bist ein Nahrungsmensch. Verfestigende Ruhlunde. Bist du? Brauchst du immer? Apparier den Turm! Turm macht sich auf jeden Fall sehr gut, da wo sie nicht arbeiten. Okay. Und zurückkommen. Etimi. Nee. Etimos. Kalos. Etimos. Wir nutzen die feindlichen Morden gegen die Feinder. Vielen Dank. Bist du? Also, du bist meine besten Gold. Ganz gut. Ja, das Nahrungsmensch. Geht's mir eine Chance.